Moin Lotte, herzlich willkommen zu der neuen Folge von Warby Live, zusammen mit German, let's play! Meine Damen und Herren, am heutigen Tag ist es endlich soweit. Mir fehlen, glaube ich, nur noch so 30, 40 Dollar. Dann kann ich mir mein eigenes Haus kaufen. Manual! Geil! Okay, dann lass arbeiten. Warte mal, die Frage ist, wo ist denn hier das Haus, was ich mehr kaufen möchte? Ich hab'n Job. Get some Jelly! Nicht dieses blöde Jelly! Ich lauf hin! Ja, 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 mach das mal. Mach mal den Job, vielleicht krieg ich da auch ein bisschen Geld. Hier vorne, das Rode. Oh, da hab ich mein eigenes Trampolin. Oh, das kostet 1000! Oh! Wo ist denn das Günstige? Im Arm, für Spaß. Ich wollte doch in der Nähe meiner Mama wohnen. War das unsere Mama? Ich dachte, das wäre unser Omi. Ach so, ja, fast das Gleiche. Hey, warte, das eine hat doch 700 gekostet. Was hast du dir eingebildet? Vielleicht? Doch, doch, doch. Hier, hier, das Haus. Ja, 750, das hat hier die Garage. Wie viel Geld hast du gerade? Ach so, ich hab' gerade... Wo seh' ich denn das? Äh, gute Frage, das weiß ich nicht. Äh, ich hab, ich hab, glaub ich, irgendwas mit... Jetzt hast du mehr. Da. Oh ja, da waren 10. Siehst du mehr. Ja, nice. Wow, GG. Also, im geschenkten Maul schaut man eigentlich nicht ins, äh... Gaul ins Maul. Ja. Oh Gott! Alter, hopp! Äh, ja, aua. Ich bin lustlos. Oh nein, ich muss mal das... Nach da vorne, warte mal. Ja, ich, ich hab schon markiert, falls es sie ist. Ja, da vorne ist doch auch dieser Postjob, wo, äh, Zeitung austragen. Der gibt innerhalb kürzester Zeit mega viel Kohle. Stimmt, und wir wären dann auch direkt wieder da beim Start. Ja, 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 genau. Genau, das ist perfekt. Willst du jetzt direkt dein Geld auch dort abgeben, da drüben, oder was? Ja, da, da, wo bei dem Paper-Ding. Nee, nee, ich komm jetzt zu dem Papier-Ding. Wo ist denn das Paper-Ding? Da, wo du bist, äh, warst. Da? Hä, wie, wo, wo bist du denn lang, dass du noch nicht da warst, dann? Ja, ich hab einen falschen Weg, ich hab einen falschen Weg eingeschlagen. Ach, Mann, der Betrunkene für dir so. Ich muss hier links. Ei. Hallo. Oh, Alter! Wie du mich einfach geboostet hast. Oh, das Haus, Alter, das ist riesig. Pella! Ja! Nice, okay. So, guten Tag, hallo. Oh, 10, geil. Ja, ich freu mich so auf das Haus. So, hallo, guten Tag. Geben wir mir einmal ein bisschen Papier wegballern. Oh, ich bin oben. Gib dir Mühe, Manuel, gib dir Mühe. Mach ich Papier. Oh, was für ein Trevor von Paletto. Einfach nur ein Sniper. So much, wow. Das ist wirklich impressive. Manuel, was mach ich mir heute zum Mittag? Ich hab richtig Hunger. Eine Pizza, eine leckere? Nee. Nee, Paletto ist doch, Paletto muss ein bisschen abnehmen. Paletto will ein bisschen gesünder leben. Obwohl nicht per se abnehmen, aber einfach gesünder. Weißt du? Ja, eine Pizza kann auch gesund sein. Nee. Also, ich wüsste nicht, was... Ja, aber dann ist die nicht lecker. Da muss auch lecker Käse drauf. Käse ist doch sehr gesund. Was? Nein. Für die Arterien, hab ich gehört. Ja, das red ich gut. Arterienverkalkung gibt's nicht. Sag mal, der Ice-Cream-Truck wollte uns die Vorfahrt kriegen. Ganz böse. Haha. Wie, haha? Ja, meiner. Wir sind doch ein Team. Nee. Doch. Meins. Meins. Wir spielen zusammen. Meins. Der hinten ist meiner. Nee, meins. Ah, meins. Ja, ich... Junge, arbeite doch mal. Ich arbeite hier links. Meins. Oh, verdammt. Und der da hinten auch. Alter. Nee, meins. Was für'n Schuss. Nee, war von mir. Du hast Geräusch gehört, du kleiner Lügen-Baron. Nee. Wir haben 24 von 25. Oh. Einen haben wir verpasst. Hä? Ja, gibt's trotzdem 48. So, warte mal. Wie viel hab ich jetzt? Hallo? Können Sie auch für mein Geld so stehlen? Nee, ich... Hä? Ey, ich wollt's dir geben. Ah, ja. Was, wie man eine Tür öffnet? Nee. Warte, jetzt haben wir... Reicht das schon? Oh, es fehlen 27. Oh, Mann, ey. Das ist nur noch ein Sack gehabt. Ja, warte, warte, warte. Ist hier nicht noch ein Job? Ist hier nicht? Wir können doch noch mal. Okay. Ja, aber... Du hast ja gerade gefragt, was du jetzt später essen sollst, ne? Und ich hab Pizza auch gesagt, weil ich zweimal Teig gerade geknetet habe. Stimmt, das hast du mir über WhatsApp gesagt. Ja, und dann kannst du auch einen Teig haben. Ja, dann mach ich mir Pizza. Bringst du den rüber, oder was? Ja, ja. Ja, das finde ich nett. Offener Münster. Ja, finde ich gut. Äh. Oh, wir müssen uns beeilen, wenn du... Ja, ich... Ach, Mann. Kannst du auch mal schießen? Machst du gerade gar nichts? Nee, ich glaube, das ist ein Bug. Wie, das ist ein Bug? Dass du auf dem Kahn neben mir stehst? Nee, nee, das muss synchronisieren. Ah. Oh, ja, komisch, dass du gerade trinkst. Hallo! Oh, Alter, du hast die Laterne da weggezogen. Ja, ich mach's doch. Ja, ich merk's schon. Also, das ist ja einfach... Aber, hey, mein Aim wird immer besser und deine wird immer schlechter. Boah, ja. Junge, du hast eine Laterne weggeschossen. Ja, und? Also, da bin ich mit dem Aim, bin ich mir da nicht so sicher. Du hast doch an, wie souverän. Ich pass auf, dass du nichts vergisst. Weil das letzte Mal hast du ein bisschen, also, was vergessen. Wo ist immer die 25? Keine Ahnung. Ich hab absolut keinen Plan. Hä? Ja. Tut mir leid, dass ich so schlecht arbeite, wirklich. Ja, ich verzeih dir. Du bist mein. Du wolltest immer. Ja, natürlich. Ja, wieso denn? Aber wie viel Geld bekommt man denn, wenn man dann zu viert einfach... Drei Leute gehen in den AFK, einer schießt sich da wund und kriegt dann 200 Euro. Ja, ist doch gut. Finde ich sehr gut. Da vorne ist mein Hausmanual. Da, ich würde es jetzt kaufen. Nach all den Jahren der Qual. Alter. Zack. For sale. For sale. Press space to continue. Oh ja, ich geb dir Geld. Ja, ich bekomm ein Haus. Du bist einfach nur dumm auf der Stelle. Nee, nee, ich bekomm so Bilder. Ja, ach, guck mal. Omi ist auch stolz auf mich. Oh, guck mal, sie hat mich umarmt. Alter, hast du Halluzinationen? Nein. Bei mir stand es da einfach nur rum und bist dumm gehüpft. Das ist jetzt mein eigenes Haus. Oh, du kannst es für mich öffnen. Lol. Ich konnte dein Auto. Was? Ich habe kein Auto. You don't own any vehicles. Ach, guck mal. Was denn? Hier, komm mal her und drück mal F an dem Ding. Ja, 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 aber ich habe halt noch keine Autos. Aber ich habe halt einen Garagenstellplatz. Cool. You don't have a pet. Als ob, man kann hier auch das Pet reinlegen. Ah, stimmt. Dafür wollte ich auch mein Geld ausgeben. Ganz vergessen. Oh mein Gott. Okay, ich habe ein Zimmer hier oben. Was denn? Das ist meins. Stinkt. Oh, Junge, mit dem Piano. Hä? Man kann spielen. Ja, ich erkenne da nichts wieder. Da steht gerade F. Kann ich wirklich damit interagieren? Kannst du Hilfe? Ja, warte, ich muss kurz mal auf Toilette. Hilfe. Ah, nice. Ein Bett? Nee, geht nicht. Komm mal her, komm mal her ins Bettchen. Oh, darf ich bei dir schlafen? Ui. Ui. Was ist das? Was ist das? Ja, wenn du es random draufsitzt? Wie geht man an dein Computer? Ja, ja. Mach mal, ich mach mal ein geiles Let's Play. Allee, hallo liebe Leute. Oh. Mond, Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Fall. Wenn du es an dem Tisch, der zeigt es dir nicht. Ja. Der will nicht gesehen werden, Leute. Kein Problem. So, und hier. Ah. Oh, ja. Waren das da für komische Geräusche gerade? Oh. Oh, nein. Nicht an. Oh, mein Gott. Oh, nein. Du kannst doch nicht einfach reinkommen. Klopf doch vorher. Ah. Ich feuer dich an. Ich gehe in der Zeit baden. Ja, ja, perfekt, Alter. Komm. Hier, du das. Ja, komm, wir gehen zusammen baden. Okay. Mach an. Ich spring aus dem Fenster. Ich ertrink gerade. Ich rette dich. Danke. Ja, mach ich gerne. Hab ich einen Keller? Warte mal. Hier gibt es Küche. Hier gibt es Essen. Das ist meine Mutter noch mal aus dem Keller. Ey, was? Ich esse was. Ich esse was. Ja, jettel. Oh, was hast du da? Das rede ich gar nicht an. Mängel und ich haben uns auch gestern Sprachnachrichten geschickt, als ich mir die Zähne geputzt habe. Das war auch sehr nice. Das waren wir auch schon nervig, ne? Ja, aber du hast doch verstanden, was ich gesagt habe. Ja, mit Anstrengung. Nimm ich mit. Okay. Hey, warte mal, wenn du dich hinten... Halt dich mal hinten fest. Juii. Okay, ich verliere. Absolut die Kontrolle. Ui. Schneller, Benil. Schneller. Ja. Oh, warte, ich will auch mal auf den Ball. Ja, das ist cool. Ja, aber was... Aber jetzt habe ich einen Haus. F, 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 F. Achso, ah. Ja, dann geh doch mal auf deine Garage und dann auf dein Dach. Guck dir das doch mal von Oma in dein Haus. Ja, warte. Als ob, ich habe ein Trampolin. Au. Das gehört mir. Hui. Als ob. Ich bin auf deinem Dach. Yo, wie hoch bin ich denn geflogen? Kannst du mal auf mich, auf, auf mir landen, bitte? Ja, warte. Ja, auch gerne mal bewusst los. Hui. Ja, ich versuche, ich versuche es. Und. Ui. Oh, das würde ich gerne in echt mit dir machen. Oh. Aber Alter, ich bin eben einmal so hoch gesprungen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Ja, ja, die Sprungphysik sind richtig komisch in dem Spiel. Alter, das war krank. Ja, guck mal, hier kann man ja das kaufen. Also dann immer bestellen, dein Auto. Ja, aber ich habe ja noch keins. Aber da hole ich mir auch ein richtig cooles. Lass mal mit dem Zug fahren. Zug vorüge. Ja. Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Das ist direkt nebenan. Ah, ich sehe es. Okay. Ich ziehe. Hier kommt jetzt gleich der Zug. Du kannst aber an mir einsteigen. Äh. Okay. Ja, in welche Richtung? Andere Richtung, andere Richtung. Dich, ja? Ja, ja, ja. Weil, guck mal, du siehst ja, von wo aus das Koffyschild ist. Dementsprechend. Ja, und? Ja, ja, und. Nee, das ist schon, das ist schon so gedacht. Hm, ganz bestimmt. Nein, ist wirklich so. Ja, klar. Wo ist dann der Zug, ja? Wo ist er? Ja, äh, der ist ja groß und lang. Ja, dann muss ich ihn ja jetzt sehen. Ja, er kommt ja gleich. Da ist er doch, da ist er doch. Ich hatte recht, ich hatte recht. Fast schnell zurück. Okay, und jetzt? Ja, da hinten wieder zu dem Ding. Oder wir machen es zurück in die Zukunft. Ja, guck mal, du musst dich beeilen. Ja, Mann. Unser DeLorean kriegt nie die Geschwindigkeit. Ja, 1000 kmh. Schnell, schnell. Der hält doch bestimmt jetzt an. Gut, der wirklich, ne? Ja, macht Sinn. Und raus, und raus. Oh mein Gott, das Auto. Nein, der fährt schon wieder los. Was ist das denn? Der fährt schon wieder los, schnell. Nee, doch nicht. Er rafft es. Oh, Geld. Als ob. Als ob. Oh mein Gott, das hat es ja richtig gelohnt. Alter, das war wirklich nice. Gibt es hier nochmal? Komm mal mit nach vorne. Oh, oh. Oh, oh, ich habe... Hilfe! Du, oh! Ich halte dich fest. Halt dich an mir fest. Du sollst... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin's nicht. Die Kamera, die Kamera, die Kamera. Ja, wir sind tot. Aber wenigstens haben wir ein bisschen Geld gehabt. So, Leute, das war's im Mitte der kleinen Runde von Wobbly Live. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Schaut unbedingt bei German Let's Play vorbei. Der ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und rein. Tschüss. Tschüss.